So. Ja, ich sagte ja, ich hatte mir die Track AI jetzt eine richtige gekauft. Ich habe ja auch eben schon ein Unpacking-Video gemacht. Ich denke ja mal, dass ich das jetzt schon hochgeladen habe. Ja, und jetzt sind wir in der Software. Und ihr seht schon, es funktioniert schon sehr viel besser als mit meinem eigenen Ding da bei diesem Free-Track. Oh ja, das funktioniert so super. Ich bin so happy, dass das einfach funktioniert, man. Wir können vor und zurück. Und wir können auch so nach... Na, da hat es ein bisschen schwieriger, mein Mikrofon nehme ich an. Mit links, rechts, aber wir können sogar den hier machen. Party! Yeah, Party! So, im Moment hier noch mit der Cappy. Und wir werden gleich mal den Track Clip Pro ausprobieren. Aber bevor wir das tun, tatsächlich noch einmal einen ganz anderen Test. Nämlich, das ist natürlich jetzt der ultimative Test. Was tut er, wenn ich das Ding nehme? Mein selbstgebautes Teil. Dann tue ich natürlich das Ding auch weiter nach links. Das wird hier nämlich auch so im Vorhinein mit dem Track Clip Pro, wenn man den benutzt, dass das davor sein sollte, vor dem Teil. So, jetzt machen wir mal Center. Ja, okay, wir sehen. Oh. Ach so, ja klar, weil es dann Track Clip... Klar, wenn ich jetzt auf Track Clip Pro schalte, dann sehen wir... Also, halleluja. Also, na gut. Also, maybe it needs a little bit optimization. But, ja. Nein, also ich finde, man kann schon sagen, der Track Clip, also ihr könnt den auf jeden Fall bauen. Das lohnt sich. Also, an sich funktioniert er so relativ, ne? Seht ihr? Naja, das würde ich mal unten gucken, funktioniert nicht so, aber ansonsten, er funktioniert an sich nicht schlecht. Also, auch das Track IR sagt, joa, der ist da. Finde ich, das finde ich gut. Das finde ich richtig, richtig gut, dass das, ähm, mein Track Clip akzeptiert. Dann werde ich nämlich erstmal vielleicht einfach mit dem hier spielen. Das Ding ist, ähm, der andere ist natürlich besser. Der von der, ähm, na, von der Track IR. Aber, das Ding ist, ähm, da, na, das Ding ist, dass, ähm, ich den natürlich erst noch, ähm, ähm, Dingsen müsste hier, ähm, na, was heißt das, wie heißt das hier? Die müsste ich dann nämlich natürlich dran bauen. Das geht bei meinem Headset eigentlich nicht so gut, obwohl doch da kriegt man ihn dran, hier an der Stelle. Aber, ähm, wenn das mit meinem funktioniert, ist es eigentlich gar nicht mal so scheiße. Okay, es funktioniert nicht so optimal, ne, aber vielleicht fürs Erste können wir auch erstmal mit meinem Arbeiten, denke ich. Ähm, jetzt sind wir interessant, so. Check for News. 4.0, 3, 5.4.0, die haben wir. Check for Game Updates! Okay. Dann restarten wir es mal, ne? Yay! So. Ha. Boah, ich, ich freue mich, wenn das, hier funktioniert das so gut. So. Andere Sache. Ähm, die möchte ich kurz mal gemacht haben. So. Ich muss einmal kurz auf meine Maus gehen, den Profileditor. Ah, Madcats! So. Ha, ha, ha. Und zwar habe ich da ja immer noch nach wie vor diese schönen hier. Da könnt ihr übrigens mal sehen, dass nämlich das ist eine Feature, was meine Maus hat, dass wenn ich hier diesen Button gedrückt habe, das ist dann hier so. Oh, ne, mein Maustreiber funktioniert gerade nicht richtig, oder wie, oder wat? Halleluja. Ähm. So, ganz einfach. Diese Buttons hier funktionieren, äh, nicht so, nicht so richtig. Bei den meisten, äh, die werden von fast nichts unterstützt. Also, mache ich jetzt das mal ganz einfach, und zwar den nach rechts scrollen, ja. So. Dem ordne ich jetzt einfach eine Taste zu. Und das ist... Ich finde, wir sollten da nicht F12 nehmen. Wir nehmen Komma. Auf der 10er Tastatur. Also, ähm, Center, nennen wir das Ding. Center. So. Das ist nämlich jetzt Center. Und, ähm, muss ich das noch irgendwie jetzt speichern? Komm her. So. Ah, da ist safe hier. So. Ah, 60% Akku ist halt mein Maus noch so. Und jetzt ist nämlich die Frage... Das Ding ist, jetzt haben wir da nämlich dieses Komma auf der Dings. Jetzt könnten wir mal Word öffnen, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich das jetzt hier schreibe. Ja, Komma, 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 Komma. Nice. Finde ich cool. Okay. Dann haben wir jetzt Komma, 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 Komma. Und... Da können wir doch bestimmt die Settings ändern. Options. Wie heißt das System? Ähm, Titel Launch. Ja. Finde ich gut. Ähm... Das ist alles super. Da muss ich sonst dann gleich noch mal gucken, ob wir da nicht eventuell... Kann ich da auch so... Kann ich die... Also es wäre cool, wenn ich die auch umbelegen kann, die Taste. Das soll nicht... Und so ist dann nur das... Aha, spannend. Spannend, spannend, spannend. Display, hier auch noch ändern, ihr seht, Advanced Settings, aha, na bitte, so, Titles, so und da sehen wir schon hier, das hier, ne, das, das hier, also das Spiel habe ich auch, aber hier ganz entscheidend für uns ist hier dann schon, da fängt es an, ne, American Truck Simulator, ganz entscheidend, Arma 3 entscheidend, hier, wo geht es hier weiter, für mich, dann hier, Dirt 3, ist schon mal super, Dirt Rallye sollte eigentlich auch unterstützt sein, steht auf der Webseite, steht jetzt hier nicht drin, dann, das sind die Sachen, die ja für mich interessant sind, dann, was ist noch für mich interessant, Elite Dangerous ist natürlich für mich interessant, dann, Euro Truck Simulator ist für mich interessant, obwohl eher Euro Truck Simulator 2, aber das ist vielleicht hier auch einfach das gleiche, hier, keine Ahnung, ähm, ob ich hier mal kurz zeigen kann, ne, was, also, das hier, also das ist hier, hier, Flug Simulator 10, ähm, Ein GRID jetzt, das habe ich noch nicht mal. John Deere Vehicle Simulator ist ja auch geil. Wo sind meine anderen Spiele noch? Was ist denn sonst noch was? Der Nesca Simracing ist mir schon ein bisschen zu alt, ehrlich gesagt. Eigentlich wäre es cool, wenn Nesca 2015 davon unterstützt werden würde. Das habe ich zwar auch bisher noch nicht, aber ich würde es mir dann holen. Project Cars wird hier auch unterstützt. Das ist so schön einfach. Das macht mich fröhlich. Sonst hier noch irgendwas? Chips Simulator 2000. Ach guck mal, den kann ich auch damit spielen. Den habe ich nämlich sogar auch. Also sonst noch. Also wirklich gute Sachen von mir, die ich spiele, die davon unterstationiert. Das wird noch richtig schön, weil hier wirklich mir sichergestellt ist, dass die Sachen alle schön bemüht sind. Warum ist iRacing zu sagen, warum ist es hier unten? Weil es klein geschrieben wird am Anfang. Spannend. Spannend. So, Omsi habe ich auch gar nicht drin gesehen. Aber ich meine, es soll eigentlich auch damit funktionieren. Ich habe es ja schon gesehen, also muss irgendwie gehen. Was man schon gesehen hat, okay, er hat hier eine ganz gute Todzone. Das hier das Ding. Okay, ich habe jetzt allerdings noch nicht gefunden. Okay, ich würde sagen, das war es erst mal für dieses Video und ich schaue mir dann mal an, ob ich das eventuell noch hier auf meine Taste dann auf jeden Fall belegen kann. Ansonsten mache ich halt da nicht mehr Komma, sondern F12 halt da hin und dann kann ich das immer schön mit meiner Maus bedienen, das ist dann nämlich super. Gut, weil das Problem ist halt, wenn ich das hier zentriere, ist halt, also wenn ich halt mich vorbeugen muss, um das zu zentrieren, hier F12, dann ist das halt, wenn ich hier gehe, dann stecke ich halt schon wieder mit dem Kopf in der Kopfstütze vom Wagen fest und das ist dann nicht so schön. Ja, ich hoffe, das habe ich ein bisschen Info gebracht und so und ich finde es super, dass es hier mit funktioniert. Bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.